Mir scheint, wir sind in eine Billigproduktion geraten. Das Letzte. Und der Kameramann hat auch noch einen Taterich. Diese scheußliche Kulisse. Komm, lass uns hier abhauen. Zu spät. Der Regisseur hat mit der Flinte... Klamotte. Hey, hier ist der Lohn für euren Auftritt. So spart man Gaschen. Nie wieder so ein Film. Wenn Sie lieber gut gemachte Filme sehen wollen, sitzen Sie bei ARD und ZDF in der ersten Reihe.